da sind wir wieder weiter geht's immer diese unterbrechung gang rein und weiter ja ich weiß mitten auf der straße stehen bleiben ist toll ich bin rechts am rand gefahren bisschen auf die wiese ich bin mittel auf der straße stehen wie man es eben macht ja genau hat man ein bisschen stau ja ja stau ist immer nur hinten doof ja ja aber die dann hatten sie wenigstens die chance sich die tolle landschaft anzugucken übrigens links über mir bahnstrecke ich sag doch die verfolgt nicht ich werde jetzt auch tatsächlich parallel zur straße immer noch über 2000 kilometer ich habe nur noch 500 aber ich würde mal überhaupt nicht kann und eine kleine tour fahren aber ich habe jetzt viel landstaaten hier ganz nett ich würde gern überholen aber bild 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 da fährt ein zug über die brücke und ich fahr runter bild bild die deine meinung ne bitte nicht schlimm dass ich genau das gerade im kopf hatte ja wir machen eindeutig viel zu viel scheiße zusammen solche situationen sind der eindeutige beweist dafür ich fahre hier durch russische einöden oder polnische oder keine ahnung ich könnte ja machen muss der unterschied aber doch mal welche einöde ist denn das hier also wenn du nicht ständig über schotterpisten fährst ist es eher polen warschau ich würde sagen polen würde ich jetzt erst mal gucken ob die reifen noch dran sind das vor Ort ein polen irgendwo einfach anhalten hier steht irgendwas lustiges auf dem schild was ich nie ab auch border crossing stand sogar auf englisch da habe ich gar nicht gesehen borderlands ja genau borderlands ich freue mich auf dem moment an dem ich diesen bus überholt bekomme doch mal gas ja das problem ist hier sind überall kurven deshalb das bringt irgendwie überhaupt nichts also würde schon was bringen den zu überholen aber ich sehe halt nicht ob ich überholen kann rechts rechts überholen ist ja wohl kackengreis das machst du auch auf der linken spur fahren ich könnte mal ein bisschen auf meiner schule treiben ist mir egal wie cool ist das denn hier hört man sogar die 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 vögel switchern im wald das ist ja nice gemacht im wald und auf der heidi ich weiß nicht ob man seine aufnahmen hört weil es ist nicht so laut aber klingt auf jeden fall nicht schlecht ach ja jetzt wird es noch kurviger das kann ich erst recht nicht überholen ach ja ich mag es kurvig geradeaus weiter richtung bitte was geradeaus gegen richtung was geradeaus richtung warschau warschau wachschabach 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 war es schon mal da war es schon mal da in wachschabach ich fahre hier über die gestrichelte sperrfläche egal ich habe Platz so kann mich der weite der verkehr hinter mir wissens überholen wenn du über die sperrfläche wachschabach störe ich auch keinen abfahrt hallo ost schon auf der gamescom so ähnlich hallo ost da ist ein flugzeug da war ein flugzeug abgeschossen explode oh das sieht aus als würde ich jetzt nach warschau reinkommen hochhaus technisch hier ist 70 dann gehen wir mal ein bisschen runter mit dem tempel oh ganz viel blaulicht auf der linken spur ja wenn du genau hinguckst siehst du da eine schriftzug mit Maiuhr aus hier ja haben sich grad zwei autos lieb gehabt die saale wieviel kilometer habt ihr denn noch vor euch 400 aber ich glaube ich bin da nicht ausschlaggebend 2001 ja siehst du sag ich doch das heißt ich kann theoretisch noch mal so eine tour fahren wie ich jetzt gefahren bin bist du überhaupt vorwärts gekommen Mario ja hast du nicht vorher gesagt du hast du ist ungefähr so viel gefahren wie ich hat er über 3000 ich bin jetzt auch gut 1100 kilometer gefahren bis jetzt siebenhundertdreißig kilometer und 1900 dann sind wir alle ungefähr gleich viel gefahren würde ich sagen würde ich jetzt mal so schätzen das so dass dort so um den Dreh ich mache jetzt noch einen kleinen Abstecher in Magdeburg ich fahr halt auch durch allerlei Länder durch jetzt ne echt ne ich nicht mal durch so viele ne ich bin auch durch ein paar unterwegs ne ich klappere hier nur Skandinavien ab ne ich nicht ne ich würde gerne nochmal nach Island ohre findet man auf den Karten eigentlich auch so die Autohändler die LKW Händler ja wenn du dran vorbeifährst mhm ich will jetzt doch mal gucken ob ich hier irgendwo einen MAN Händler habe mich irgendwie das mit dem MAN mit dem TGX das interessiert mich doch cool er fährt mit 70 oder so auf der linken Spur das finde ich gut ist ja toll ich sehe hier nicht auf der Karte das hat fährt dann links kommst dann mal vorbei ne du siehst die nur wenn du die bereits entdeckt hast das ist auch nur in der Händlerkarte wo ist denn die Händlerkarte wo ist denn die Händlerkarte LKW kaufen online kaufen da muss ich mal gerade in Pausenmodus und dann ich glaube es reicht sogar schon wenn du einfach nur auf LKW Händler gehst LKW Händler und dann kannst du sortieren also anklicken was da haben willst ach das ist aber ein Mercedes Händler was bin ich hier oben Scania Händler und da oben Scania Händler und da Scania Scania links oben in der Liste guckst da kannst du MAN anklicken dann müsst ihr ja eigentlich nur MAN Händler zeigen wow oh ich hab einen aber der ist ganz woanders du kannst ja auch online kaufen wenn du genug links hast wenn ja wenn wenn du schon genug LKWs hast Top 5 musst du ja glaube ich haben ja hab ich aber nicht ich hab mir den LKW ich hab den MAN Händler jetzt mal in der Karte in der Händlerkarte angeklickt das heißt der Weg müsste mich doch dahin führen dann auch ne nur wenn du dann sagst bis dahin fahren Händler besuchen ja wobei ist Händler besuchen nicht sogar dass der dich dann schon dahin setzt dann weiß ich jetzt gar nicht ich mach mal online ein Angebot für Kunden ich mach mal Händler besuchen sorry du kannst nicht schnell reisen während du einen Auftrag hast bitte fahre zuerst deine aktuelle Fracht ab ja also setzt er dich direkt und ich liefere zuerst musst du erstmal eine Fracht ab ähm der KW Händler MAN wo bist du unterwegs? ähm Warschau sagtest du ne ja ok bringt dich nicht weiter der nächste den ich hab ist Berlin ja ok naja ne in welche Richtung fährst du denn Mario? welche Richtung Russland Richtung Russland ja über hab ich doch noch was finde äh hab da noch keine LKW Händler wo ist denn hier überhaupt das Problem ist dass du halt immer nur die Fragezeichen hast ne man weiß halt nie was ist es jetzt für ein Händler ja drauf geschissen so ETS ich fahr weiter oh man jetzt hängt er sich hier wieder auf an der Händlerkarte ich könnte natürlich noch ein paar Scania kaufen bis ich 5 LKW hab und dann kann ich den ja online kaufen zum Beispiel wenn du irgendwo bei einem Scania Händler bist ja ne ich hab tatsächlich auch keinen der meine Händler da irgendwie in der Nähe ja immerhin Händler sind irgendwie äh recht spärlich gesät hab ich so das Gefühl die mag halt keiner ach egal ja man muss halt innerorts direkt an dem vorbeifahren um die halt zu entdecken ja 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 mein Gott kann der jetzt mal hier hoch ziehen Moment ich hab in 4 Stunden 50 Ankunft und in 4 Stunden muss ich theoretisch Pause machen oh das krieg ich noch rein musst du deine Lenkzeit überziehen ja ja dürfte ich aber hinbekommen wenn ich jetzt nur ein bisschen fahren kann hier ohne dass mir wer im Weg steht ja wahrscheinlich gehe ich von aus ich meine hier ist es zwar kurvig aber wenn man ein bisschen optimistisch fährt geht das auch mit 70 80 der Kollege da konnte sich grad auch nicht entscheiden fahr ich linke Spur fahr ich rechte Spur da habe ich bei der Aufwand hier auch gerade mir gedacht wenn man ein bisschen optimistisch fährt dann jetzt habe ich das wieder mit den äh mit den äh etwas häufigeren Mikro rucklern das ist leider gerade sehr unangenehm ich weiß aber auch nicht wie ich es ändern kann bei was ich versuchen könnte äh willst du die Priorität von OBS ein bisschen höher stellen ne ich habe die Mikro ruckler im Spiel ja ja die habe ich eben auch ok ich wollte grad sagen was ich versuchen könnte ist Mitarbeiter zu entlassen aber du hast ja auch nur ganz wenige ich hab glaube ich gar keine ich versuche es trotzdem mal weg mit dir weg mit dir weg mit dir ich glaube die wir wollen jetzt natürlich kurz weil ich hab ein paar ja der Mitarbeiter macht aber keine keine Auswirkungen auf dein selber ja hatte ich aber manchmal schon das Gefühl ja jetzt habe ich mich hier an der Ampel festgefahren jetzt steht die Sonne so tief dass die mich richtig blendet ja nicht die Sonne hinter dem Navi verstecken nee klappt nicht und ich blende trotzdem schade ich brauche eher eh nie so viele Mitarbeiter ich habe ja schon so viel Kohle man brauch doch dann gar nicht viel 신ke Jetzt drück dich rum! Beine!